hey leute willkommen zu meiner vierten serie des großen rocket finals was ist bisher passiert nach drei serien habe ich 2400 punkte liegen das ist ein ziemlich guter zwischenstand ich bin auf jeden fall an den vorderen tischen und es geht ja hier für den sieger um ein preisgeld von über 11.000 euro um allerdings ganz nach vorne zu kommen müssen jetzt in den letzten beiden serien auch noch mal ordentlich punkte her also gehen wir direkt rein und schauen was in der vierten und vielleicht so ein stück weit jetzt schon vorentscheidenden richtungsweisen in serie passiert ist und das geht ja richtig gut los vorhand drei erste eine zehn mittelbuben ja nehme ich den auf nein das ding mache ich als krank handlos bauer raus wenn die bauern verteilt kommen ist er im prinzip sofort gewonnen nur ein bauer fällt zwar der kreuzbube dann müssen wir mal gucken dann kann es im zweifel ein bisschen kribbelig werden ist aber nicht der fall ja dann auch wenn die bauern nicht kommen hat das spiel immer noch eine ausgezeichnete chance natürlich sonst hätte ich den ja auch nicht gemacht nur auf diese eine karte zu wetten wäre ein bisschen verwegen so 17 augen liegen 28 jetzt mal gucken ob im schneidersinne irgendwas geht karo steht 22 42 das ist gut ich hatte halt gar kein herz das heißt aktuell fehlen noch fünf herzen da werden zwei abgetragen auf 45 es fehlen aber immer noch drei herzen das heißt wenn ich jetzt irgendwo kreuz oder pick unter durchspiel und die drei fehlenden herzen stehen in einer hand dann muss ich am ende ein ass abschmeißen so gesehen muss ich auf jeden fall irgendwo einmal von oben ziehen also ich denke ich muss erst mal den sack zu machen bevor ich hier irgendwo auf schneider gehe kreuz sieht ein bisschen natürlicher aus erstens weil ich da weil ich da zwei luschen habe ja jetzt stehe ich auf 59 und es bleibt das problem kreuz rausschieben und dann kommt am ende keinen stich mehr machen es sah bisher nicht danach aus aber wenn einer nun von haus aus keinen peak in der hand hatte dann ist auch klar warum der die herzen abwirft von daher habe ich mir also diese kapriolen die habe ich mir verkniffen kreuz 10 offensichtlich im stock und peak 7 also es lag wirklich kein herz drin auch wenn ich jetzt kreuz unten rausgespielt habe hatte ich mir noch angeschaut hätte wohl auch nicht zum schneider gereicht also guter start und jetzt hier im null sinne einmal die 18 ich kriegs bei 18 man muss sagen stückweit überraschung aber auch das ist natürlich klar hier an den vorderen tischen liegen jetzt alle schon sehr gut im rennen und da reizt jetzt nicht jeder so schwache ansätze denn man kann sich natürlich hier auch leicht mal mit teuren spiel vergaloppieren so karo ass und 10 das ist nicht gut denn karo 8 und 9 waren ja an sich so die haupt schwächen davon wollte ich gerne eine rausdrücken also herz lusche oder also irgendwo in diesen herz könig die farbe so eine bindekarte das wäre natürlich viel cooler gewesen ja jetzt hier irgendein farbspiel herz ohne sechs oder so ein misszug kann man natürlich im zweifel auch spiel ne pik 10 karo 10 drücken auf man hoffen dass man in der zweiten runde noch auf kreuzen volles stechen kann und dann die beiden vollen laufen aber der ist mir viel zu teuer also mache ich doch den null wie ursprünglich geplant und drückt jetzt mir tatsächlich dann pik as und herz könig denn diese vierer batterie in karo die kriege ich sowieso nicht repariert die müssen 22 stehen oder oder karo 7 kommt raus und das war blank und das ist natürlich die traum kommen konstellation im ersten stich das spiel saniert dann wäre wahrscheinlich sogar als nulle wehr gegangen erfreulich guter start das sind so die schreckmomente denn ein null gewonnen versus verloren macht dann doch im unterschied 169 punkte das ist so viel wie ob du ein krank mit 4 bekommst oder nicht so vorhand hält noch 18 ich muss das ding natürlich reizen drei asse zwei bauern aber dass eine reizung drin ist ist irgendwie nicht so ein gutes zeichen und die findung ist natürlich rotz so was zu drücken ist ist relativ offensichtlich gut man kann auf die 18 jetzt auch die karolusche mit drücken aber andererseits kann vorhand auch genauso 18 halten und auf 20 auf sein herz passen also ich denke vier augen herz ist ganz normal und jetzt kreuz oder pik ja ich habe jetzt nicht mehr so ein ganz gutes gefühl und entscheide mich jetzt hier deswegen für pik für den etwas billigeren macht jetzt auch nicht den riesen unterschied ja und dann kommt kreuz 7 genau die karte die du wirklich hast dieses spiel spielt weil es auf jeden fall schon darauf hindeutet kreuz steht wahrscheinlich zu dritt nicht zwei zwei kann noch sein aber sehr häufig führt aus dem drilling ausgespielt und du hast hier eine unattraktive erste entscheidung gleich zu fällen an sich wenn hinten eine blanke lusche ist es ist wahrscheinlich sowieso krass schwer gegen noch kreuz könig 10 vorhand beim spieler eins zu gewinnen der sehr wahrscheinlich aufgrund der reizung auch noch kreuz puber hat wenn hinten der die blanke 10 steht sollte man sicher besser rauf wenn hinten der blanke könig steht kann man vielleicht auch wieder mit der acht in den schnitt gehen ja da haben oder acht also mit dem asra ja eigentlich sind alle drei karten möglich ich entscheide mich jetzt für die acht weil ich eben denke gegen eine blanke neun hinten bin ich wahrscheinlich ohnehin wehrlos und es kommt die neun die kam auch schnell die war blank also vorhand aus sieben könig zehn aufgespielt wahrscheinlich noch kreuz bube übel ja im angesicht des drohenden abstichs würden hier sicher die meisten spieler rausnehmen andererseits habe ich dann eben auch noch diese nächste baustelle mit also habe ich die karo auf der karo dusche fallen dann halt auch noch sicher deutlich mehr augen und ich denke eben dass ich den abstich sowieso nicht verhindern kann deswegen entscheide ich mich hierfür so ein all in move das heißt diesen abstich haben wir jetzt eingeplant ist darf jetzt nicht halt auch noch karo vier zu eins verteilt sein dass jetzt auch noch karo abgestochen wird dann fliege ich natürlich komplett auseinander denn bisher im prinzip haben sie ja noch nicht mal viel jetzt haben sie 28 klar es ist noch der kreuz stich draußen es kommt die karo 10 ja gut gelaufen 59 auch karo steht jetzt kommt der kreuz stich bauern noch draußen jetzt müssen wir sehen dass ich schneider frei kommen das war es natürlich alles sehr wehrlos tatsächlich ist es aber genau so wie es auch vermutet habe also auch wenn ich im ersten stich jetzt kreuz dame lege der kreuz bube steht hier bei spieler 1 und deswegen konnte ich diesen abstich nie mehr verhindern im nachhinein hätte der kreuz vielleicht eine etwas bessere chance gehabt weil piek dann zwei zwei gestanden wäre allerdings wären dafür die trümpfe dann vier zu zwei verteilt gewesen vorhand hätte kreuz bube sieben könig zehn allerdings karo bauer steht nur zu zweit also vielleicht hätte ich bei dem also bei dem kreuz hätte ich definitiv eine bessere chance gehabt und wäre weiter gekommen weil meine assdame lusch farbe dann zwei zwei steht ob es komplett gereicht hätte steht in den sternen und ist ja auch längst geschichte dieses spiel ging nicht und das ist ein bisschen schade natürlich weil so ein hat trick gleich am anfang mit diesem etwas schwubeligen null das wäre natürlich schön gewesen und dann funktioniert das spiel mit zwei bauern und drei assen nicht was man also wirklich reizen muss ja das ist natürlich gleich wieder so ein bisschen sand im getriebe gefühlt dafür dass wir hier eine sehr gute liste brauchen ist das ein kleiner rückschlag so viertes spiel was passiert jetzt sind die anderen erst mal dran kreuzes trumpf haben wir eben gesehen sieben könig zehn hat vorhand im kreuz auch gegen mich aufgespielt häufig sehr unangenehm besser die lusche als der könig in den allermeisten fällen wenn der alleinspieler wie hier dann mal vier herzen hat was natürlich auch aufgrund der reizung ist gar nicht erkennbar war dann war jetzt die lusche natürlich nicht so ein geiles aufspiel mit erst dame 98 geht er natürlich auch nicht rauf vor vor allen dingen jetzt hier auch noch die beiden alten hat ja sechs trümpfer mit zweien und jetzt sieht man hier gut gespielt daran erkennt man den das hier ein spieler mit übersicht ist zieht das ass noch ab damit er nicht mehr eingespielt werden kann weil er erkennt dass wir so jetzt kaum mehr schneider frei kommen können bei sechs trümpfen mit zweien hat er und pick ass an der seite hat offensichtlicher herz damit sogar noch drücken können hat also hier luxus probleme jetzt wird der herz lusche abwerfen wenn wir eben nicht mehr rauskommen weil wir jetzt nach dem einschub in pick nicht diese zwei vollen hier anbieten können also schön den schneider mitgenommen von spieler 3 erster hinweis da weiß jemand was er tut ja und jetzt muss ich mir natürlich überlegen sofort wenn du so ein verlierst kommen dir auch so 20 hier nicht mehr so leicht über die lippen denn das ding ist natürlich nicht so gut mittelhand hat schon gereizt ist teuer ohne drein und diesen doppelschlag den möchte ich mir jetzt nach dem an sich guten listen auftakt dann auf keinen fall einhandeln deswegen bleiben meine lippen hier verschlossen so mein partner nimmt mit hat hat was hat er jetzt für gute ideen okay er wechselt die farbe wir finden die stechfarbe und immer auf die gleiche stelle auch gut wird uns wahrscheinlich dennoch nichts nützen bei der gleichmäßigen trümpferteilung aber es ist nur ein fünftrümpfer das erkennen wir hier dass er jetzt über die dörfer geht kreuz bube wird er an sich haben sonst hätte mein partner ja die drei oberen buben also von daher wundere ich mich dennoch dass das nicht darauf ankommen lässt bei der geschlossenen beikarte da ist es so dann jetzt macht mein partner noch den stich mit kreuz könig gut er hat hier auf auf sicheren sieg gespielt in der annahme dass wir wohl ohnehin immer aus dem schneider kommen bin ich mir nicht mal sicher ich glaube er hat ja schon rest na jetzt habe ich noch einmal pick 10 stechen können und mein partner also wir haben definitiv zwei volle ich glaube er hätte uns sonst schneider gespielt so aber das ist natürlich das nicht unser problem das spieler 1 hier möglicherweise im siegssinn den schneider hat liegen lassen ich habe mich hier für 18 entschieden das ist so ein bisschen an der grenze halbe farbe halber null manchmal kommt gar nichts raus aber mit kreuz bube im stock bei 18 bekommen habe ich denke ich dann alles richtig gemacht ist es auch schön dass ich bei 18 also 20 hätte ich wohl auch nicht mehr gesagt aber bei 18 können wir jetzt auch den einfachen karo spielen standard drückung standard spiel sehr häufig gewonnen pick ass super schnell durch die 10 im keller habe wäre es natürlich auch nett wenn da noch mal geschnippelt wird das aber gar nicht der fall und es kommt eben auch nicht piek zurück der war wahrscheinlich blank und das ist schon so ein bisschen unangenehm weil es auf wenn die erste farbe plötzlich schon nicht in der normalverteilung sondern 4 1 ist im weitesten sinne noch in der normalverteilung aber nicht 3 2 steht dann könnte das natürlich auch für trumpf oder für kreuz gelten dass da was irgendwo 4 0 steht und dann könnte das spiel schwer werden so war es schön dass ihr herzener so bekommen habt und trump steht auch und mit anderen worten ist es gar nichts los sie haben 26 ist auch nur noch ein voller nämlich herz ast draußen außer kreuz 10 logischerweise das heißt sie können an der stelle nicht mehr gewinnen auch wenn alle kreuzen zusammenstehen so schneider war natürlich auch nicht drin ich lasse es hier in ruhe auslaufen das spiel und das ist dann gut nach dem einen verlorenen das auch erst mal wieder plus nummer dazu kommt und wir jetzt so ein bisschen in der serie sind sondern was haben wir denn hier eine sprungreizung sieht man ja selten direkt auf 22 okay ich wollte sowieso nicht das ist gut aber gerade in so maskierten turnier ist es doch auch interessant so eine information mal mitzunehmen denn sehr häufig sieht man das ja nicht muss man sagen ich kenne aber einen spieler der gerne mal so kleine sprungreizung einbaut weiß übrigens gar nicht ganz genau was was da der zweck ist hat können wir ihn sicher auch mal fragen und deswegen war das der moment wo ich ganz kurz schon gedacht habe könnte das hier der herr kinnbach sein könnte das hier die skat akademie sein und ja ich verrate nicht zu viel wenn ich sage so ist es spieler 3 thomas kinnbach der hat übrigens auch seinen kompletten auftritt reingestellt das heißt hier habt ihr die chance diese serie auch aus einer anderen perspektive zu sehen ich verlinke euch mal oben das video von thomas dazu der hat alle seine serien in einem video festgehalten das heißt irgendwo bei 4 5 nee das ist also jetzt die vierte serie irgendwo bei 60 prozent des videos ungefähr einsteigen da findet ihr dann diese serie aus anderer perspektive wenn euch das auch interessiert so weiter geht's ich öffne karo blanke lusche beim allein spieler hat also offenbar zwei andere karten gedrückt was so ein bisschen darauf hindeutet dass er nicht beide asse noch dabei hat dass er entweder sehr schwaches oder eben ein sehr starkes spiel hat also auf jeden fall hat er offensichtlich in der anderen farbe noch zwei bessere karten als die blanke lusche zu drücken gehabt und ja was sehen wir hier ein acht trümpfer mit kreuz bube und beiden trumpfollen schön das schmeckt ist zwar nicht so dass ich mich hier beklagen kann auch ein schöner ansatz ja da liegt es doch auch sehr nahe hier in hinterhand mit nur dem herz buben das sehr stark aussehende karo spiel zu taufen so das sieht gut aus sieht natürlich so aus als ob vier trümpfe unterwegs sind was uns aber in dem fall ja überhaupt nicht schrecken braucht die beikarte ist sowas von stabil beispiele eins sind die trümpfe was mich nicht juckt tja sind das jetzt 18 ja gerade nicht noch zu hell draußen hätte man irgendwo statt einer der beiden oder drei könige wenigstens noch eine 10 haben sollen dann wären es vielleicht 18 gewesen aber auch nur versuchs 18 spieler drei bekommt es also ohne gegenwehr und karo könnte interessant werden vier dagegen wenn der volle läuft dann bin ich optimistisch wenn der blank war nee war aber offenbar weder blank noch läuft der volle deswegen ja mit meiner beikarte zwei königen die ich zu geben muss und dem pik ass schon verloren sieht es vielleicht doch nicht mehr ganz so gut aus okay kreuz ass hat dann zwei farben spiel mit nur herz dabei oder hat er noch ein kreuz eine schwäche geht vielleicht doch noch was für uns okay es ist das zwei farben spiel nur mit herzen noch dabei ja wenn er das herz ass hat dann sieht es ehrlicherweise mau aus und wenn er die herzen hat dann heißt das dass wir jetzt nur noch einen stich bekommen ja er hat noch zwei trumpf und zwei herz luschen dankeschön ich kann also jetzt eine beliebige lusche mit schmierung mitnehmen ja oder wir schenken einfach direkt und sagen bei 36 augen die wir liegen haben interessiert uns der stich vielleicht auch nicht mehr so was haben wir da eine 18 und ne gerade nicht so gegen den krank ja normal auf dem langen weg eine lange farbe mache ich natürlich auch nicht so gerne aber hier mit zwei bauern dagegen und dieser einzigen stärke in herz ist es sicher auch ein natürliches ausspiel auch wenn weiterhin nicht der wenn ich erst mal nicht unbedingt davon ausgeht dass hier was zu holen ist jetzt geht auch mit märz könig drauf gut das könnte natürlich gut sein wenn mein partner wie zwei bauern hat dann haben kann ohne vieren wäre das sicher ein schöner auftakt beim gang ohne zweien ist jetzt der bauer von meinem partner weg und da ist jetzt schon die frage hat mein partner irgendwo mindestens auch so eine zehn zu dritt die er sich hier direkt frei spielt karo zehn wäre interessant gewesen hat er aber nicht ja da können wir wohl gar nichts werden kreuz zehn stelle ich und jetzt ist so ein bisschen natürlich die überlegung okay hat mein partner vielleicht wirklich jetzt rest wenn ich pik rüber spiel ist das vorstellbar ehrlicherweise es ist möglich aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich das sind aber die gedanken die ich mir mache spiele ich ihn in sein blankes herz as ein um schneider frei leichter zu ermöglichen denn wir haben ja gerade erst 22 liegen oder lasse ich es doch im sieg sinne noch mal darauf ankommen dass ich ihm hier den schneider ermögliche aber es war also gar nicht wichtig er hatte sowieso rest mit pik as zehn gedrückt und das war jetzt sicher auch nicht die riesengroße überraschung gut er war jetzt ein sehr stark das muss man natürlich sagen aber dass er das spiel gewinnt das war jetzt keine große überraschung ja drei damen drei damen und in den bauern ein wenig schwach brüstig dazu schon zwei reizungen gehen wir bloß weg mit diesem spiel so karte schon sehr stark geklärt durch diesen stich natürlich das ist immer erst mal erfreulich andererseits heißt das hier wahrscheinlich auch das gar nicht so besonders viel geht kein piekblanker kreuz abgetragen also vermutlich der übliche sechs trümpfer mit drei herzen noch dabei könnte natürlich sogar ein sieben trümpfer sein im sieg sinne gehe ich mal muss und ich mal darauf spielen das herz erst noch bei meinem partner ist und dass da noch irgendwelche kleinen problemstellen sind deswegen hier nur der kreuz könig aber das ist natürlich nicht zu vermuten und so ist es auch nicht ja jetzt können wir also wahrscheinlich machen wir sowieso nur noch den einstieg wenn ein herz drin liegt kann mein partner jetzt schon stechen dann können wir hier 20 augen einsacken oder halt auch 21 aber dann habe ich hier an der stelle so ein bisschen den aus der mitte gezogen und nicht das ass gewicht weil es ja natürlich auch wieder ganz egal ist das ass wollte ich mir noch aufbewahren falls der herz eben nicht im stock liegt ja 18 mal wenn ich so 18 krieg dann könnte das was werden aber sonst würde ich es auch nicht haben also die ganze nummer hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen ist schon wieder so ein bisschen abgeflacht das ist natürlich schade denn ambitionen hat man natürlich immer und in so einer serie jetzt in der vorletzten serie an einem der vorderen tische groß durchzustarten davon träumt natürlich jeder skat spieler und sich bis ganz nach vorne zu katapultieren aber die realität ist eben immer ein bisschen anders es gibt selten diese kompletten überflieger karten und ich hatte sie auch in der zweiten serie schon mal für eine für einen kurzen moment aber dieser kurze moment der reicht ja dann manchmal ganz viel ist halt auch das harte arbeiten in den sümpfen der damen königin und weiteren konstellation so und hier geht dann wohl auch nichts bei karte einfach wieder mal zu stark herz lief nicht durch alles klar er kann jetzt noch den peak spielen im letzten stich wird er noch ein kreuz haben wir haben genau 30 liegen deswegen natürlich glaube ich dass mein partner jetzt den kreuzkönig stich halten führt aber bevor da wir deswegen nicht aus dem schneider kommen werfe ich mal lieber die zehn ab und sicher auch den stich mit der dame zusätzlich gut hat trick für spieler eins und plötzlich ist der vorne mit 400 also deutlich vorne war jetzt auch schon wieder hier bergfest das geht in diesen kurzen listen natürlich immer schnell schon ist spiel zwölf vorbei und da kommt das nächste mal die 22 direkt na komm thomas dann spiel doch aber spieler eins lässt sich da nicht so leicht von beeindrucken der geht weiter aber auch nur bis 27 27 schon stück weit überraschend wo wir selber vier trumpfen karo haben und drei natürliche karos war das eine kreuzhebel war das echt der karo gereizt mit zweien vielleicht was hat thomas da für ein spiel wir sind gespannt und wir sind gespannt aber nicht überrascht dass da ein null ouvert rauskommt ohne karo und der sieht ja gar nicht so gut aus ne pik sie macht zehn ass ist vielleicht noch das geringste der sorgen steht auch schön zwei zwei aber kreuz sieben neun könig ist im prinzip natürlich wirklich kein keine schöne karte um sie offen hinzulegen aber thomas hat glück es ist kein abwurf im piek drin ich könnte zwar kreuz acht ausspielen aber ich krieg das kreuz ass ums verrecken nicht weg und wir sehen hier es ist auch kreuz dame noch gedrückt also er hat das spiel im prinzip genauso wie er es gefunden hat gedrückt so hat das also auch gereizt mit dem blatt kann man sich ja null ouvert reizen also einmal sieben acht dame hat er ein kreuz als schwäche und dann sie diesen dieses ass zu viert was man ja kaum als schwäche bezeichnet beim reizen hat an sich zweimal ins klo gegriffen und jetzt glück dass sie im kreuz zwei zwei stehen so da kommen wir ja vielleicht auch mal wieder ins geschäft das ist ein schöner ansatz müssen wir sicher an der stelle mal bis 36 reizen müssen wir aber nicht wir kriegen es bei 20 finden gut bauer drin und die zehn dabei jetzt haben wir natürlich schon sehr schönes spiel in vorhand sicher auf jeden fall krank mit kreuz bube sicher auch ein krank vielleicht sogar ein krank wenn wir nicht diese gegenreizung hätten aber in anbetracht der tatsache dass wir eben auch den kreuz spielen können mit einer ausgezeichneten schneiderschance der krank gegen diese 18er reizung sogar in der verlustgefahr hängt mit nur einem gedrückten karo und dem hinweis auch für den ausspieler dass vielleicht karo auf den tisch kommen kann mit anderen worten sehr wahrscheinlich geht es hier nur um zwölf punkte unterschied den riskanten krank versus den mit großer wahrscheinlichkeit schneider kreuz da fällt die entscheidung dann doch nicht so schwer so karo saß auch sind auch fünf stück da karo bauer bei spieler drei so gesehen sind die bauern wahrscheinlich verteilt aber das hätte ich möglicherweise ja auch nicht mal überprüfen können bei meinem spiel deswegen alles bestens ich bin sehr zufrieden mit meiner auswahl hier und dass ich das spiel leicht gewinne ganz offensichtlich steht hier tatsächlich der pik könig zu dritt ich habe ja die dame gedrückt das heißt über diesen drilling kommt mein schneider jetzt doch wieder in gefahr da ist es wird es offensichtlich spieler drei hat den könig zu dritt naja ich plane jetzt hier direkt dann ziehen wir einmal von oben einmal von unten testen kurz die aufmerksamkeit und wusch tatsächlich erwischt manchmal schnappt man sich auf diese weise die punkte habe ich übrigens ja auch schon mal mit euch glaube ich diskutiert ist das jetzt unfair ist das irgendwie legitim oder eher schon so ein bisschen ja unsauber vielleicht blutgrätschen artig aber ich habe da auch rückmeldung bekommen also es ist denke ich völlig legitim so rum zu spielen die man muss eben als gegenpartei einfach auch aufmerksam sein wenn man online spielt hat man diesen zug üblicherweise ja auch schon häufig mal gesehen also das ist in dem sinne nicht verwerflich und dann damit weiter ins nächste spiel so ein anschluss spiel so sieht es zumindest aus den kann ich ja auf jeden fall erst mal ohne schmerzen bis 33 reizen aber mittelhand vorhand geht mit und er geht auch über die 24 rüber und deswegen sind wir jetzt natürlich ratzfatz schon drüber hinaus also 33 auf jeden fall den gehe ich natürlich auch auf pikant kreuz ohne zwei oder so will ich mir hier auch nicht angucken und jetzt wird es aber ärgerlich denn spieler eins hält auch meine 44 und jetzt muss man sich ja natürlich irgendwann mal entscheiden es ist jetzt nicht mehr ewig weit in diesem turnier und da kann nur nur werden natürlich sehr gut reizen der kann auch kreuzhand ohne zwei reizen das wäre dann nicht so schön weil dann vielleicht nichts gutes drin liegt so oder so wie sagt ein mitglied meiner trainingsgruppe für solche situationen gerne mal irgendwann muss man sich entscheiden man oder maus grüße gehen raus lieber axel ich habe mich hier entschlossen das ding jetzt durchzuziehen es ist sicher eine dieser schlüssel szenen im turnier ob das jetzt gut geht denn 48 ich brauche de facto hier eine verstärkungskarte immerhin 46 gehalten auf 48 gepasst schon nicht unwahrscheinlich dass vor und wirklich den null ouvert gereizt hat also drei zwei eins caroas jawoll also jetzt sieht das spiel doch schon richtig gut aus jetzt ist man schon wieder eher bei schneider als bei verlust der verlust droht natürlich immer noch das ist also ist nicht ausgeschlossen und deswegen schon eine überlegung ob der pik könig jetzt hier in den skat gehört oder nicht dafür hast du dann im zweifel eine herz lusche also ich glaube es ist noch zu unklar wie die karte hier sitzt und ich glaube die größte drohung ist tatsächlich hier also ein abstich im ersten vielleicht irgendwo in karo oder so dass wir halt super unangenehm und dann bist du hinten raus aber doch besser beraten wenn du nicht in den anderen farben auch noch die baustellen also nicht in allen farben noch baustellen hast also dann lieber nur noch eine weitere in peak und hoffen dass das dann wenigstens geht also gehen wir mit dieser drückung in den krank kreuz da haben wir jetzt nicht unbedingt ein traum aufspiel vollen hätte ich lieber gesehen muss ich sagen andererseits zumindest mal scheint mir keiner in den roten farben hier was abstechen zu wollen so oder zu können Kreuz sieben okay spieler eins hat wahrscheinlich den nur wer mit einer ziemlich langen kreuzbatterie da gereizt 13 augen ja ich überlege ob ich halt erst noch die asse also die vollen abspiele und dann pick raus und mit dem nächsten mit dem letzten bauern dann noch einen vollen verhaftet aber nein ich denke dann doch einfach peak spielen ist hier schon in ordnung so kreuz neun wieder so eine unangenehme karte aber entweder von spieler drei kommt jetzt der volle oder und das der kommt hier nicht oder ich kann ihn gleich mit peak anspielen wenn mich spieler eins nicht verarscht hat und auch noch pick ass hat was ich aber nicht glaube und dann ist wird das spiel auch gewonnen weil ich mir den einen peak stich hochspielen kann so im schneidersinne jetzt noch mal gucken ob karo 2 1 steht karo steht nicht 2 1 sondern zu stand ursprünglich zu viert bei spieler drei jetzt fliegt sogar die peak 7 raus also wenn karo sauber gestanden hätte nach karo ass wäre danach peak 9 gekommen dann wäre sogar schneider drin gewesen so ist das jetzt sowieso nicht möglich weil der karo stich noch stehen bleibt und natürlich war jetzt auch peak abgetragen wurde ja kreuz ass sich ja rein dafür hat spieler eins ja aufgehoben und der ass 10 zu fünft hat er aufgeschlagen die dame aber das juckt jetzt nicht also große erleichterung karo ass im skat das war so eine von diesen wirklich schwierigen entscheidungen denn wenn du jetzt dann nichts findest dann die minus 144 anschreiben lassen muss dass wir ja auch ein völlig plausibler ausgang dieser geschichte dass wir dann ein stück weit mit ganz großer sicherheit der moment gewesen hinten ein rein und auf kleine brötchen gehen ganz vorne wäre dann nicht mehr möglich gewesen jetzt sind wir ja immer noch hier liegen immer noch gut im rennen und bleiben also dran an der spitzen gruppe ja also 18 bin ich auf jeden fall bereit zu halten könnte ein herz werden könnten kreuz werden ja 20 wird's kribbelig gehe ich lieber raus das könnte eine gute idee gewesen sein spieler eins hat auch noch interesse also hier werden auch wieder irgendwelche farblängen rumfliegen drei reizen bei meiner karte auch nicht unwahrscheinlich dass irgendwie wieder null mit unterwegs ist ne die einzige sieben die ich habe hat spieler eins den peak gereizt könnte spieler drei den null haben es ist fast noch das alles andere ist schon fast nicht mehr plausibel ne wo ich schon hier vier pulle und baue habe und mein partner auch noch eine farbe reizt ja und es ist sogar der null wäre neun mal rot alles geschlossen habe zwar die drei herzen dagegen aber eben nicht mit einer stigkeit und zu herzen neuen dame hätte bei mir auch gepasst aber die 22 reizung konnte ich schon nicht mehr so gut und den null wäre natürlich auch nicht jetzt haben wir wieder einen schmankerl hier hast den hast den hast den kreuz bube vorhand natürlich sofort riesig in hinterhand immer noch gut aber diese 18 aus mittelhand diese 18 aus mittelhand gehört zu sagen ich kriegs bei 20 und wow dafür habe ich jetzt aber verdammt gut gefunden muss man sagen ähm terror 10 und noch sogar der bauer damit wird es natürlich auf jeden fall ein krank ähm das muss ich gerade überlegen was hat denn mit was für ein blatt hat denn mittelhand der 18 gesagt hat der vielleicht wirklich zwei bauern und fünf mal karo und spieler drei hat die 18 gehört und kann dann gerade den karo aufschlagen also mit anderen worten ist es vielleicht hier am ende sogar das zünglein an der waage diese piekdame mitzudrücken mit der ich mir andererseits natürlich die schneider schwarzschance ein bisschen schlechter ein bisschen mehr raus nehme weil ich dann diese herz lusche auch noch habe und ähm deswegen bin ich hier so ein bisschen am abwägen aber letztlich ich glaube gegen diese 18 reizung aus mittelhand ist schneider schwarz hier das falsche ziel erst mal ein bisschen den gewinn wahrscheinlicher machen und ähm schneider ist jetzt ja auch nicht komplett ausgeschlossen so wurde eingespielt bauern sind zusammen also wunderbar äh spiel ist schon gewonnen jetzt geht es immer noch um schneider da fällt ein herz raus das ist sehr schön denn dann ist der herz stich gar nicht unterwegs ja peak ist noch keiner rausgefallen aber ähm angesichts des spielverlaufs war die drückung ganz offensichtlich ideal das wäre jetzt eine überraschung wenn der nicht gestochen wird zwölf augen dann einmal abtrag und rest krank schneider schönes ding 5 76 jetzt beispiel 17 wieder ein ansatz es ist jetzt nicht der turbo lauf aber mit diesen beiden gewonnenen krank sieht es jetzt natürlich schon wieder sehr sehr ordentlich aus mehr als 18 kann ich nach einer gewissen überlegung hier auch nicht erkennen man kann natürlich noch sagen hey den einfachen karo so ungefähr nehme ich raus im sinne des peak spiels oder eines anderen aber wir sind mittelhand und ich weiß es nicht ich bin ganz ich bin auch jetzt noch ganz einverstanden mit meiner risikoeinschätzung hier so sieht wie ein siebentrümpfer aus ne könnte noch herz bauer bei meinem partner natürlich sein aber so schnell wie das hier viel glaube ich da auch nicht so richtig dran ja wahrscheinlich ist eines der siebentrümpfer sind wir ohnehin wohl schneider dass er dann noch eine blanke kreuz hat kaum vorstellbar etwas präziser wäre dennoch hier vielleicht kreuz 10 aber so what so ich bin der einzelne mit beach spiel hier am tisch die anderen auch dicht zusammen ist wieder ein schöner ansatz in spiel 19 wie weit muss ich gehen kreuz hand kein problem kreuz bauer mensch da funktioniert es doch das ist der nächste unverlierbare krang wieder mindestens 72 kann sogar schneider schwarz werden wenn peak 10 blank ist wenn peak 10 blank ist werde ich ja ich bin hier das drückiert jetzt doch noch mal um ne vier augen reichen natürlich auch haben wir vielleicht auch eine schneider chance wenn wenn die bauern in einer hand sitzen und wir das bild weniger abgeben wahrscheinlich nicht wenn ich jetzt zwei stiche abgebe dann werden sie wohl immer raus kommen deswegen halte ich jetzt hier den peak könig doch im blatt um mir die schneider schwarz chance noch ein bisschen zu erhöhen wenn ich kein peak gedrückt hätte müsste nach den verteilten bauern natürlich sofort die peak 7 kommen damit nicht einen blanken abwerfen kann und drei stehen bleiben da jetzt aber ja nur drei piken fehlen kann ich einfach oder sollte ich mit sicherheit besser in den kreuzen rumwühlen und erstmal gucken ob irgendwo mal ein peak raus fällt denn auch wenn die drei peak in einer hand stehen muss sich der spieler vielleicht ja irgendwann entscheiden jetzt ist die peak 9 gefallen das heißt schneider ist schon sicher dass jetzt danach nicht mehr peak dame abgeworfen wird deutet natürlich darauf hin dass peak 10 bestellt steht und die wird jetzt spieler 3 natürlich auch halten aber das gibt es natürlich überhaupt keinen grund jetzt hier traurig zu sein sondern nach der schönen findung ein gerang mit 2 schneider gefühlt ist wirklich nach dieser schweren entscheidung ins spiel 15 geht's jetzt los 72 72 96 hab mich jetzt ein bisschen abgesetzt die anderen stehen ja auch gar nicht schlecht und da kommt das nächste ding es geht weiter hier der traum lebt noch und der geht jetzt als krank handlos keine gegenreizung kreuzbauer mit dabei ja was macht jetzt der daniel da jetzt überlegt jetzt kommen wieder die weißen mäuse weil diese peak dame in der abgabe ist und weil kein stück herz in der hand ist und häufig ist es ja auch so wenn der gut steht dann spielst du ihn halt sonst auch noch schneider aber tatsächlich muss ich jetzt sagen wundere ich mich da ein bisschen den habe ich also auch schon mal als krank hand gespielt mit sicherheit aber seltenen fällen verliert man sie dann ja auch und deswegen hatte ich wohl das gefühl ich stehe vielleicht ein bisschen zu gut ich will doch wenigstens noch wissen was los ist wenn dann jetzt hier herz auf den tisch kommt ich stechen muss bube ziehen oder nicht ich will wenigstens wissen wie viel herz unterwegs sind oder waren bei den gegnern und auch jetzt ich drücke ihn hier nicht auf schneider schwarz was ja immer noch möglich wäre sondern ich drücke ihn so dass ich hier das spiel absichere indem ich hier erstmal mein ein abgabestich einplane und ein bisschen in herz die möglichen lenken rausnehme und das war auch offensichtlich jetzt nicht die allerstimmste idee jedenfalls stehen die bauern zusammen und so habe ich ihn jetzt mit dem vortrag dann schneider gespielt gegen bauern zusammen und herz im aufschlag ob das jetzt beim gang hand geglückt wäre wer weiß es auf jeden fall auch das nochmal wieder hier 444 das gibt es nur auf der skat insel schnappszahl garantiert wenn wir ja hier alle zusammen sitzen würden würde ich sagen jetzt hoch die tassen können wir auch so natürlich mal machen ihr lieben so das hat sich doch sehr schön entwickelt plötzlich haben die anderen 400 und ich 800 ja da fällt es dann auch plötzlich wieder leicht jetzt hier nochmal 18 verlauten zu lassen kann schließlich null werden kann auch null wäre sogar werden oder der herz wir gucken pikastrin ist natürlich gut der karo geht so also natürlich ist es jetzt nicht zum null oder null wäre geworden sondern zum herz sollte idealerweise karo 2 2 stehen sonst kann der richtig schwer werden kann auch jetzt direkt schon ins karo rein gehen aber ich denke einmal noch trumpf ziehen ist plausibel das sieht so weit bisher noch okay aus das sehen wir gerne da müsste doch jetzt ein voller kommen sei denn vorhand hat aus der vierer länge immer unter durchgespielt dann wäre aber vielleicht der kreuzkönig auch im ersten stich also kreuzend raus das ist wunderbar ich ziehe jetzt hier das pikast auch wenn es ein tempo kostet falls dann karo doch zu dritt steht dass ich nicht mehr eingespielt werden kann so und das hat sich gut entwickelt spieler eins denkt was macht er da ich muss drum spielen plötzlich habe ich ihre ersten mit karo könig hoch gut euch 83 machen oder 63 ist kein keine groß kein großer unterschied wichtig ich habe das spiel gewonnen karo stand ordentlich 914 jetzt ein richtiger endspurt nicht ganz so krass wie in der zweiten serie aber erstmal krass genug um jetzt sehr sehr gut dabei zu sein denn das bringt mich na wir haben noch drei spiele noch aber wenn ich jetzt kein mehr verbastelt bringt mich das mit 900 definitiv noch mal ein zwei tische nach vorne dann habe ich schon 3300 jetzt das wird sicher irgendwo tisch zwei oder drei mindestens sein wahrscheinlich schon tisch zwei vielleicht kommt ja sogar noch was und da willst du sitzen in der fünften serie ob es dann für ganz oben reicht weißt du nicht aber du hast dann zumindest wirklich die realistische chance und du weißt auch dass ordentlich gespielt wird an den tischen dass da keiner mehr durchdreht sehr wahrscheinlich weil alle schon kurz vor dem fleischtopf sitzen also gucken wir was jetzt passiert 33 kreuz ist rumpf ich denke ja ich denke da kann man peak ausspielen man kann auch karo ausspielen also man kann fast alles ausspielen logischerweise aber was macht hier am meisten sinn möglicherweise schon peak und das erstmal ein bisschen überraschung dass er hier den kreuz könig auch noch bedient an der stelle sieht es jetzt natürlich wie ein siebentrümpfer aus muss man sagen das macht sinn dass er drei faule hat aber natürlich dass er jetzt vier abgeber in der beikarte hat nicht so wahrscheinlich oder doch oder doch ne kreuz siebentrümpfer mit dreien ja langsam ausklingen lassen gutes spiel würden wir natürlich auch noch mitnehmen aber das natürlich nicht so dass beim thomas auch noch mal ein krank angekommen karo bauer ein stück weit überraschend aus den unter drei unter jungs aber hat das scheinbar gemacht wahrscheinlich geht es hier dann auch nur um schneider ok kein leichter schneider frei den wollen so leicht nicht erlauben und dann habe ich mal peak zehn wahrscheinlich nicht die beste idee also nicht die beste entscheidung zehn zu dritt ja und hier ne ein spieler eins überlegt so ein bisschen die kreuzdame kam irgendwie gefühlt so ein bisschen verzögert hab mir gleich gedacht bei den 14 augen die wir jetzt liegen haben schnippelt der jetzt da noch mit der zehn zu dritt ich hab das konntest mir gut vorstellen aber ja wenn das unser letzter stich ist dann ist halt sehr wahrscheinlich ohnehin schneider ich hoffe dann mal dass doch der thomas noch ein bisschen was im kreuz dabei hat aber an dem stich ist dann schon zu sehen das war's jetzt spielt er noch unter durch hat die piken also günstig für ihn gewimmelt und wir wären an sich trotzdem gut rausgekommen wenn mein partner kreuz zehn nicht aber ok hat er das astrid beim allein spieler gesehen ist ja auch nicht ausgeschlossen und da nochmal geschnippelt so letzte partie drei könige wir stehen gut wir stehen ziemlich gut aber jetzt auch nicht komplett überragend was ist los bei euch 18 ja oder nein ich hab sie gesagt wenn ich es für 18 krieg dann schaue ich nochmal eins zwei drei auuuu karo achtherz dame das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut viele bilder an der seite ja aber ich meine haben wir schon oft darüber gesprochen wie man den drückt drückt man splittet man und ich baue hier noch diesen kleinen bluff ein mit Herzkönig oben statt der Herzdame weil das sehr ungewöhnlich ist und deswegen für die Gegner nicht so leicht zu interpretieren also einen blanken könig in der hand wo du nicht erst 10 gedrückt hast in dem Fall kostet das nur ein Auge vielleicht ist aber der entscheidende Bluff um die Chance zu erhöhen dass da Herz 10 irgendwie direkt hinterher kommt wie gesagt die Gegner kaufen dir das meist nicht so ohne weiteres ab und denken wenn du den Herzkönig liest eher dass du dass du noch einen hast und sie auf diese Weise verarschen willst so den müssen wir nehmen der muss ordentlich sitzen das ist schon mal gut gegangen wunderbar 28 jetzt nichts anmerken lassen Plan ist jetzt auf den siebten Peak der häufig kommt dann den Herzkönig fallen zu lassen mal gucken ob Spieler 3 dann eben überhaupt mir schon abkauft und und Herz da rein schmiert was aber auch egal ist das ist nicht der Plan tut er nämlich nicht das kauft dir so schnell keiner ab kommt erstmal Karo König ist aber im weitesten Sinne dann natürlich nur eine Verzögerung der Herzschmierung denn er kann dann natürlich den Herz vollen später auf Karo legen sitzt hier alles normal man hat das ja auch so ein bisschen dann im Gespür alles 2-2 deswegen Karo wenn Karo König blank gewesen wäre wäre es natürlich auch noch eine Katastrophe so und den hätte ich wieder mal gar nicht hoch festhalten müssen habe es aber dennoch getan denn das war der volle den ich noch brauchte um auch dieses Paketchen Gerätchen mit 64 ins Ziel zu retten ja und damit 988 kurz vor 1000 das bringt mich jetzt schon auf 3400 Punkte und damit sehr sehr schöne Ausgangssituation zur letzten Serie ja ich bin hoch zufrieden gute Karten gute Entscheidungen soweit ich das beurteilen kann und dann dann Untertitelung des ZDF, 2020